Hallo, mein Name ist Noa Ida Binti Azmi. Ich mache den Bachelor in Kommunikation und das ist meine individuelle Blog-Aufgabe. In diesem Video zeige ich dir, welches Kaffee ich besuch habe und welches Speisen und Getränke ich gekauft habe. Also, lass uns genießen. Ich bin es, die gerade versuch ab zu sichnen, wo das Schil von Family might is. Aber ich kann es nicht wirklich sehen, weil die Zohne, dieses Mal sehr hell ist. Okay, das ist ein Family might is. Der Family might befindet sich also auf der anderen Straßenseite, wo der Post. Family might is seit 2016 ein beliebter Convenience Store in Malaysia. Es bietet eine große Auswahl an Produkten, Dauertensnacks, Getränke, Mahlseiten und Dinge des taglichen Bedarfs. Mit sauberen Geschäften und freundlichem Service ist es ein bekrober Ort, um schnell etwas zu essen oder zu kaufen, was sie brauchen. Dies ist eine Abteilung für freundlichem Service ist es gibt eine große Auswahl an Lebensmitteln. Diese Sandwichen sehen gut aus. Okay, hier besahle ich mein Getränke und mein Essen und sie erwarte ich auf meinen Kaffee. Okay. Okay. Hallo, ich bin der Herber. Ich bin der Amerikaner. und Murasaki Zuchtajoko in Browsi und Vestofuchen Sandwich Dekat für mich ist das ganz schön und lecker ich denke leute die keine essenz werden dieses sandwish morgen und plötzlich bestelle ich auch denn ich füge frikadelle ich bin fertig lass uns jetzt nach hause gehen ich habe mein viele material beim graben verloren deshalb zeige ich ihnen wie sieht mit der MRT zur UPM gelangen laden sie zu nach ihrer TNG karte oder ihren personal aus weiß auf oder kaufen sie token einfach automatisch bereiten sie ich habe hier probleme also wenn wenn MRT nur rm 370 die gleichen kosten gelten auch für eine einfache weg von UPM nach MRT und vergessen sie nicht ihr werdet mit Zunehmen und dann verwenden sie das token für den Zugriff auf MRT planen und prüfen sie ihren werdet richtig wenn sie also zu UPM wollen nehmen sie die platform kuasa der Masara ok ich bin auf leichter nehmen sie die rolltreppe und nehmen sie nicht die falsche linie oder den falschen bei stich wie ich ich beeile mich hier genießen sie nun einfach die aussicht und stellen sie sicher dass sie an ihren gunsten sie anhalten nachdem ich an der MRT station angekommen bin laufe ich wohn durch zur buchta stelle vor die bibliotheke und bin dann mit dem bas zur uni gefahren das ist alles von mir und ich hoffe meine tipps könnten ich nun beim family man in putra jaya helfen und vielen dank für's position bis zum nächsten 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 bis zum nächsten